Heyo Leute, willkommen zurück bei Bebinding of Isaac und wir sehen böse aus. Wir nehmen mal da-da-da-tower, was das? Dammit, das habe ich schon als Space Item und ich mag es nicht, weil es unkontrollierbar ist. Und wir sind aber ein bisschen stärker geworden, dank Miet. Wir haben die 9-Life-Challenge, davon haben wir schon 1-2-Werte. Das heißt, wir bekommen neun Leben und töten alle drumherum. Wir haben nämlich die Katze. Ich weiß auch gar nicht, was der Kopf, der mir hinterher macht, äh, der Erfolg noch macht. Das weiß ich gar nicht. Ich muss ein bisschen mehr darauf achten, was die einzelnen Items machen. Eieieieieieieie oh Gott, das... Ja Das brauch ich jetzt auch unbedingt Ich brauch the book of Revelation Das sind mir die meat boys egal Und sogar oh Gott, nee boah Ist mir nicht egal Ich bin zu langsam für war Also wenn wir die über dem Loch kaputt machen Also, die kleinen Dinger Da kommt auch keine Würmer mehr raus Ich weiß mann Magen und keine Würmer Das sich manchmal schon beschwert weil ich gesagt hab Würmer Das sind mann, ja klar Ist okay. Ui. Zum Glück sind wir nicht zu schnell. Und? Was ist das? Na? Natürlich ein Bad Trip, oder? Wäre natürlich perfekt. Um zu merken, dass... Ui. Guck mal hier. Hm. Und? Noch mehr Bomben. Noch eine Münze. Der Raum sieht ähnlich aus wie einen, den wir schon erledigt haben. Der hier sieht auch ziemlich ähnlich aus wie den, den wir schon kannten. Oh Gott, der war knapp. Obwohl die Male nicht so schnell sterben, wie ich es erworbt hatte. Hey. Ja, können wir machen. Müssen wir aber noch nicht. Was ist hier unten? Nö. Der will ja, dass ich extrem verletzt bin. Wird ich aber auch nicht. Hier, könnten wir mal gucken. Ist jetzt garantiert, dass da nichts ist? Okay. Verdammt. Da war ich nicht so sicher. Ja, 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 ja. Ach Gott. Ich muss ja auch immer in die Enge gedrängt werden. Das mag ich gar nicht. Jetzt haben wir noch die große Made da. Die gibt mir mal was Spezielles. Und Schlüssel. Wird auch hier noch nebenbei sein. Komm. Ach du blödes Auge. Obwohl ich nicht glaube, dass das hier ist. Doch ist das hier. Toll. Ich brauche noch eine Münze, aber. Weil ich reduzierten Preis habe, würde das klappen. Und da ist auch noch eine Ebene. Und ich habe aber das blöde Gefühl, dass im Shop greed ist. Oh Gott. So viele, die spucken. Und so ein Böser, der spuckt. Warum kommen die eigentlich jetzt schon? Ich dachte, die kommen erst nach einer speziellen... Ach, Kerl. Also jetzt gehst du hier lang. Auf einer speziellen Anzahl von Mother-Kills. Weil es dann schwerer wird. Oh. Da ist... Harlequin-Bibi. Das finde ich cool. Also. Ja. Kann man sich jetzt schreiten, wie man es meint, aber... Ich finde es gut. Ich bin mir da nicht so sicher. Vor allem, weil ich denke, wie gesagt, dass da greed dahin steckt. Oh, doch nicht. Aber dafür ist das Item-Scheiße. Pille? Bad Trip-Pille. Hey. Die war aber Geld. Warum haben wir jetzt... Ich glaube, wir haben einen Luckdown. Nur so ganz bestimmt. Aber Bad Trip ist auch nicht schlecht. Wie gesagt, wenn wir nur noch ein Herz haben, gebt ihr uns... Ist das eine Full-Health-Pille. Ja. Ich hab's mitbekommen. Aber wir haben das Harlequin-Bibi. Und da schießt noch mehr Schüsse. Das war auch diagonal. Gut. Dann war das wahrscheinlich eine Full-Health-Pille, die sich wegen schlechten Glücks dann zu einer... Bad Trip-Pille umgewandelt hat. Ne. Da gehen wir nicht lang. Ich war hier. Und... Ich bin gespannt, wenn ich den Gegenteil habe. Wahrscheinlich... Hier. Ja, ja, Piep. Toll. So, ich find Piep schrecklich. Ich spielte da vor allem wegen seinen Augen. Jetzt weißt du dann nicht, welches meins ist. Okay, wir können es unterscheiden. Seins ist das mit der kleinen Puppe. Alter. Hier, jetzt kriegst du aber was ab, Piep. Okay, hast du was abbekommen? Ja. Ja, ich... Pfff... Pfff... Ich denke jetzt gerade... Oh Gott. Das war mein Auge. Zum Glück. Talikin Baby, tu was. Mach einen Schaden. Boah... ja ja und bekommen wir was für ein senior oder ist es ist dann maggie ja ich bin ich ja ich will es nicht machen bis schussgeschwindigkeit an die laufgeschwindigkeit da kommen wir jetzt auch gegen bohr kämpfen ohne probleme so auf zur nächsten ebene böser kopf ach komm schon danke den shop will ich eh noch nicht gehen die müssen alle noch mal schießen was muss sein die hölle beginnt irgendwie habe ich das gefühl warum sind wir hier in diesem bereich wird alles sehr unangenehm ne den gold lasse ich lieber ne für 10 bomben tut mir leid ach komm ach den so so ja ja ich brauch noch ne minze oder sowas ja ihr seid ja noch die liebsten von denen die mir alle begegnen so bisher in den eben auch wenn ihr mir verdammt nahe kommt verdammt nahe kommt überlegt euch was ihr macht ihr weil so nahe würde ich nicht kommen wollen wenn ihr es seid noch ne minze ja noch eine mehr bräuchten wir hm ach wie geil die greed köpfe schmeißen den auch im weg aber ich weiß nicht ob es so geil ist dann könnte natürlich auch für uns ziemlich unangenehm werden und jetzt haben wir natürlich mit einem bisschen mal los mit einem greed cop noch nicht nehmen noch nicht nehmen wir haben noch ne full health pillar in Anführungszeichen boah war da knapp müssen wir uns nicht merken müssen wir die ganze Ebene nochmal durch hm slottig ja ich hasse euch auch ich komm nicht durch ich sperre mir die ganzen wege echt ja ja ich hoffe das ist jetzt ein super item sonst sieht es echt ein bisschen mies aus danke a fork ich krieg dein Leben zurück aber uuuh es ist tech mom's eye tier ist ab ach hinten ja jetzt das sieht man nicht aber das klappt wirklich eine erhöhte Geschwindigkeit ja nochmal so ein raum ey ich hasse diesen raum wisst ihr das ich wollte grad sagen hier bin ich total sicher ach toll wir bekommen echt nur ein Leben super ey wir haben den raum doch abgeschlossen wir hatten den raum abgeschlossen was soll man nicht so tun so wir gehen mal hier hin so wir gehen mal hier hin dreist wie auch alle Münzen verloren haben das ist der Shop da wir noch mal hingehen wollen obwohl ich denke dass er super greed ist äh greed ist oder super greed kann auch sein das haben wir übrigens nur noch 6 greed wie ich wusste dich du aller saftzahl ich wusste es du aller saftzahl alle kinden kommen greif ein halbieren baby wieder müssen naja ich habe sie auch immer wenn ich sterbe dann werde ich nicht noch mal in den raum gehen sagt nimmt das leute tschüss den raum betritt ich nicht noch mal ich wollte es echt wissen ich muss aber hier lang kommt nicht mal einer sterben so zwei tod zwar ja noch am leben ich fühle sich auf dieses film machen danke so ja wie gleich einen gesamten schaden war rückwärts der kleine rückwärts in der basemann hm nee Zeit weg mit den Schlüsseln ich spreng das Ding auf als es zu blöd wird ok na toll jetzt haben wir den genau das blödeste von allen wir haben noch zwei leben ich glaube gleich wieder den dem moment muss er abbauen der macht es zu schnell der macht das ohne vor vorwarnung jetzt muss ich aber hinbekommen sonst sieht es schlecht aus die 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 ich hoffe nicht auf super items ohne super items kommen wir nicht voran da kommen wir einfach nicht ins geschäft mein urspiel ohne super items geht es nicht ich hasse der fast so fies ich war ja schon schnell aber der hat ohne vorwand das jammert echt gutes jammert ist schon gleich mit der der wie heißt das mit der nonnen ding obwohl das wie gesagt das book of relation noch besser wäre dann als jammert hoffe ich dass ich ein hp upgrade bekommen obwohl wir gesehen haben dass ich mein hp wieder auf ein herz zurückgeleuziert wird justice ich bin echt gestorben weil ich berührt habe jetzt wurde ich gerade irgendwie über mich rausgekickt